Ich glaube, dass das Thema des Bildes gemeinsame Freizeitbeschäftigung ist. Auf dem Bild sehe ich fünf Personen, die ein Brettspiel spielen. Das ist in Deutschland beliebt, aber wird immer seltener, weil heutzutage die Leute ihre sozialen Kontakte nicht mehr so pflegen wie damals. Wegen Facebook, Instagram und anderen Internetseiten kommunizieren die Leute meistens nur virtuell. Besonders die neue Generation fühlt sich glücklich allein. Freunde und Kontakte sind nicht mehr so wichtig wie zum Beispiel in den 60er, 70er und 80er Jahren. Ich vermute sogar, dass das Bild aus der Vergangenheit ist. Weil neben den Personen keine Handys oder Tablets zu sehen sind. Sie haben echt Spaß miteinander und lachen ohne Ende. Meiner Meinung nach sind Freunde nicht das, was man auf Facebook sammelt. In sozialen Netzwerken haben wir 100 Freunde, aber echte Freunde sehen anders aus. Ich möchte mich mit meinen Freunden treffen und sie sehen, nicht nur ein paar Nachrichten austauschen. Das war alles, was ich sagen möchte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn du's 셋 olsun. – Vielen Dank.